Hallo zum letzten, zum 24. Türchen meines Meditations-Adventskalenders. Ich nehme mal an, dass Sie wahrscheinlich jetzt ausnahmsweise vielleicht morgens tatsächlich die 10 Minuten mit mir zusammen meditieren wollen, weil am Abend natürlich das Essen und die Feier geplant sind. Und da möchte ich da auch gar nicht viel heute dazu erzählen, sondern ich würde vorschlagen, dass wir uns einfach zusammen 10 Minuten hier hinsetzen und einfach mal die Stille genießen. Neugierig sind auf das, was jetzt gleich in der Meditation passieren wird. Und diese Neugier, die wünsche ich Ihnen, dass Sie dann auch in das Weihnachtsfest mitnehmen. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen auch ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und entspannt und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020